Zwischen einem Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, Christoph heißend, und einem Hochdruckgebiet über Mitteleuropa wird die milde Luft des Spätsommers zu uns nach Hamburg geführt. So auch heute angenehme Sommerluft. Der nächste Tiefausläufer dann erst in der zweiten Wochenhälfte. Da freut sich die Möwe beim Blick zum Himmel. Viel Sonnenschein heute. Allerdings muss der Nebel sich erst auflösen, der sich in der Nacht gebildet hat. Er weht noch ein bisschen über Hamburg hinweg, vor allen Dingen auch im Hamburger Umland. Jetzt hebt er sich, deshalb so ein paar Wolkenfelder. Die Sonne schimmert hindurch. Danach allerdings nach Nebelauflösung ist es verbreitet sonnig und trocken. Die Tagestemperaturen heute ausgesprochen angenehm 25 Grad. Es gibt viele Momente, da ist es drin genauso mild wie draußen. Am Abend bleibt es freundlich und trocken. Ein schöner Spätsommerabend mit Temperaturen um 20 Grad. Dann allerdings, wenn man sehr lange draußen sitzt, braucht man irgendwann die dickere Jacke. Denn in der kommenden Nacht gehen die Temperaturen auf 13 Grad zurück. Der Mäugetag wird ebenfalls sommerlich. 25 Grad, viel, viel Sonnenschein. Am Mittwochnachmittag sind die Wolken ab und zu ein bisschen dicker. Vielleicht mal ein ganz kurzer Regenschauer. Meistens bleibt es aber trocken und sommerlich temperiert. Am Donnerstag naht dann ein Tiefausläufer. Einzelne Schauer und Gewitter stellen sich am Nachmittag und Abend ein. Und mit den kräftigeren Schauern und Gewittern am Freitag kommt dann auch die Abkühlung von Nordwesten hereingeweht. Die Temperaturen am Freitag bei 22 Grad.